Ich stehe das vorher. Ich stehe es okay nicht. Aua. Stark-Oson. Nahkam ist irgendwie am besten, habe ich das Gefühl. Okay, ich hab die Meinung geändert. Ja, ohne zu sagen. Nein. Frisch mehr! Scheiße! Lebst du noch? Lebst du noch? Ja. Nein! Ich verstehe es wirklich nicht. Wenn das bei mir einmal vernünftig funktionieren würde, dann kann ich auch mal was reißen. Aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Fick dich! Die scheiße Schlangenwaffe, ne? Hey, du musst nur jetzt! Komm her! Krieg! Was machen wir? Warum treffen wir uns nicht? Ich glaube aber. Luca, das kacken einfach. Da das irgendwann funktioniert, muss ich das ja mal machen, ne? Ich baubel einfach. Was ist los? Ich auch. Lass die baubeln. Oh. Ich habe mich selbst gekehlt. Stark. Ja, ich auch. Stark. Einfach dieses Spitz komplett dumm. Ja. Achso! Oh Gott! Scheiße, Luca, wir haben ein Problem. Na, tot. Und trotzdem verloren. Stark. Oh, Janik. Oh, Janik. Nur einer kommt hier raus. Dir kommt nur einer raus. Noch was? Nein! 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 Das war wirklich geplant. Ich konnte da nicht durch. Komm her, hier drin. Komm her, ich warte auf dich. Komm her, wir kämpfen hier drin. Meyer, komm her, komm her. Okay, ok. Okay, lets go. Ey, 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 ey. Oh, erмотр Lars. Oh, er stracert. No, alter. Boah, Alter. Boah, alter. Du sie nicht wegge... Boah, ich träge die doch nicht weg! Scheiße, weg! Also... Was? Ich mache. Oh. falsche richtung luka das leiden in der lava bei mir ist die web schon komplett bei mir auch er stand in der luft bei mir stand luka ja ich schwöre oh mein gott eine schrotze ich habe angst geh weg oh mein gott was ist hier die welt gibt die idee warte baut sich bei euch auch darum nein ja ich geklappt ich habe dich gesehen luka gute idee 200er pg gg alter online natürlich selber die lava steigt ja vergessen schwimmboot 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 ja klar die sind die böse die böse die böse die böse die böse aua 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 alter in den hals gejagt die waffe ey ok alter auch was hike meißen jungen wegkriegt hier ja scheiße du riss meine waffe luka die sah deine leiche gerade aus ja ok ok digga er modet ne andere universum gegitet einfach ich brauche auch gar nicht hochkommen wie häng ich da bitte oh ich komm nicht hoch ja ach ich bin neanderthaler gegen kriegsmann was was oh krieg alter boah ich krieg hier was ist hier los oh oh was hahaha wirklich was wie hab ich ja keine ahnung ja ja nick ja ja nick ne viel spaß hochzukommen ja was haben wir denn so haha janeck er hat nichts nein wie ziehst du die losgucken komm bitte ja man nein oh ich ist da immer das op ich hab mich ja nur geduckt aber das spiel ist dumm und ich werde trotzdem getroffen das ist unser Revier ja stark dein Revier nein oh Gott Hilfe oh Mama Scheiße ich schieße mit random das ist die random Waffe wir haben fast doppelt so viele wins wie die Yannick ne Fick dich nein die Red Waffe nein du Lappen die hat er automatisch weggeworfen oh oh Scheiße hey was ist das jetzt ich wollte gerade sagen ja wie fliege ich diese Kette diese Kette ohne nix ist so unbelohnt warum guck mal High Ground und jetzt Anakin ich dich viel Spaß Luca ne okay stark Fick dich ja ich hab gewonnen wie hab ich gesagt oh Kissen ich bin verpackt ich wurde verpackt gerade oh 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 mein Gott die Wichs Kanone ich bekreist es nicht oh ne die schon wieder okay schnell töten schnell töten jeden töten Luca gewinnt ja random Map ja nimm es halt er geht einfach zehnmal durch das Geschenk durch mich hoch ja oh Skiller ach Tigger wir rede ich drüber ha nein easy der Kling hat ausgeschaltet einfach ja wirklich ja ha 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 oh nein ne keine Presse wo bin ich oh wo bin ich wo kommen wir nicht runter oh mein Gott also lass ich mir das Geschenk diese Waffe ist so behindert ja geil ein Schwert perfekt das ist unfair gerade irgendwie leicht ja Leute Alter was für ein Powermove ich hab mir den Zeh gebissen oder so ja gefühlt echt nixer gib meine Krone zurück gib meine Krone zurück was ja wirklich so dumm es hat nichts so broken es hat nichts mit geht es geht so du brauchst nicht mal aimen dafür du schießt einfach irgendwo im Kreis und du kickst alle da ist nichts passiert alles gut Digga Diegel gegen Shotgun ja man oh so bin ich auch gestorben Osan achso die Spikes sind echt mein Endgegner im Ex ja was oh scheiße nein ich denk nach deswegen ich denk ein bisschen nach unter dem Scheifen oh tschüss scheiße wie lebst du noch ja erholt auf ja 48 zu 85 zu 83 hol auf ist doch ist doch so oh Gott oh die Werbter bin so zu gestorben und ich erst oh ja nicht verpiss dich oh oh salven scheiße ich bin tot ich bin tot mein Gott das war weh boah nein yes ja ich bin tot wie oh nochmal in Silber wuhu oh nein nein oh nein boah er hat irgendwas gehabt ich war nicht mal ich war halt irgendwas der Tropfen einfach wandelt ich war Hulk Meissen Digga Hulk Meissen easy der Teil ich bin schwerwordet gewesen willst du nochmal gegen mich? komm her oh lol ha 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 mach dich mach dich und dann dich kannst du dich selber machen also ja oh nein nein ich hab ich voll in den Apo mit 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 mit